In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du deine PDFs perfekt bearbeiten und verwalten kannst mit PDF-Element. PDF-Element ist die perfekte Lösung, um deine PDFs zu verwalten und verschiedenste Dinge mit deinen PDFs zu machen. Ich werde dir als allererstes zeigen, wie du das Programm installierst, wie du es einrichtest und was du alles machen kannst. Abschließend schauen wir nochmal auf den Preis der Programme. In der Videobeschreibung kannst du zu den einzelnen Punkten springen oder das Video einfach durchlaufen lassen, um dir alles anzuschauen. Ja, wir sind hier auf der Seite von PDF-Element. Dazu gibt es unten in der Videobeschreibung einen Link und hier kannst du es gratis testen. Das Programm kostet grundsätzlich was, aber dazu kommen wir später nochmal und wieso ich dir eigentlich dazu gratis zu holen, weil es eigentlich echt praktisch ist. Aber dazu später mehr. Du kannst dich einfach gratis testen auf deinem Windows- oder macOS-Computer und dir es herunterladen und dann ausprobieren. Hast du das Programm erfolgreich installiert, solltest du dieses Symbol auf deinem PC finden. Da klickst du einfach drauf und öffnest das Programm. Jetzt siehst du schon die Übersicht von den ganzen Funktionen, die du mit PDF-Element hast. Du hast einmal die Möglichkeit PDFs zu bearbeiten, das heißt schon vorhandene PDFs, beispielsweise Texte, Bilder und andere Objekte quasi zu bearbeiten, zu verändern, auszuschneiden, entfernen, hinzufügen und sowas. Du kannst das PDF auch konvertieren, das heißt wenn du beispielsweise ein Word-Dokument hast oder so und es als PDF brauchst, kannst du das ganz einfach hier drinnen machen. Es arbeitet super gut mit den ganzen Microsoft Office-Programmen zusammen. Du hast auch die Möglichkeit ein komplett neues PDF zu erstellen. Das kannst du auf Basis von Bildern machen, von wie hier schon gesehen Word-Dateien und vielen anderen Dateiformaten. Du kannst auch noch PDFs zusammenführen, das heißt du kannst zwei existierende PDFs zu einem PDF machen. Daneben hast du noch die Möglichkeit zum Batch-Prozess, wo du verschiedene Informationen aus deinen PDFs heraus scannen kannst quasi. Dazu kommen wir später noch. Und es gibt auch noch PDF-Vorlagen, wo du Zugriff auf zahlreiche Vorlagen hast, wie beispielsweise Lebensläufe, Rechnungen etc. Du siehst, die kosten ein bisschen was, aber 99 Cent für eine Rechnungsvorlage, die du quasi für immer verwenden kannst mit dem Programm, lohnt sich echt. Kannst du hier so ein bisschen schauen, was es so gibt, wirst du direkt auf die Seite weitergeleitet. Aber schauen wir uns jetzt erstmal die Sachen hier nach und nach an. Ein PDF bearbeiten. Grundsätzlich siehst du hier links immer die zuletzt verwendeten PDF-Projekte, die du geöffnet hast. Kannst diese auch löschen oder kannst auch hier direkt eine Datei öffnen. Du kannst auch einfach auf PDF bearbeiten klicken und dann hast du die Möglichkeit, eine PDF-Datei von deinem Computer auszuwählen und diese dann zu öffnen. Ich öffne jetzt einfach hier diese Netflix-Helden-Quartettkarten, einfach nur als Beispiel. Und das sind jetzt hier deine PDF-Sachen. Und ich muss ehrlich sagen, es erinnert mich total an Microsoft Word in dem positiven Sinne, weil wenn man mit dem Programm schon vertraut ist, dann fühlt man sich ja auch schon fast zu Hause. Wir gehen jetzt hier mal das komplette Menü durch. Das heißt, wir haben hier oben einmal die Datei, da können wir Dateien öffnen, hier können wir Dateien speichern, wir können sie drucken, wir können sie auch konvertieren oder optimieren. Was ganz praktisch ist, beispielsweise wenn dein PDF zu groß ist und du eine kleinere PDF-Datei brauchst, kannst du das hier machen und kannst dann hier auch so festlegen, nach welchen Kriterien das optimiert werden soll. Du kannst auch konvertieren in ein anderes Dokument, beispielsweise in ein Word-Dokument, was sehr praktisch ist. Und du kannst hier auch noch Einstellungen tätigen, das heißt allgemeine Einstellungen, Schriftarten, wie es aussehen soll, Konvertierungseinstellungen, OCR, da kommen wir später noch und Aktualisierung kannst du hier auch noch einstellen. Das ist der Dateibereich. Im Startbereich geht es jetzt hier um unser Projekt, was wir geöffnet haben. Hier haben wir die Möglichkeit zwischen unserem Auswahlwerkzeug, unserem Handwerkzeug, unserem Bearbeitungswerkzeug. Auswahlwerkzeug, damit können wir verschiedene Elemente auswählen. Mit der Handwerkzeug können wir einfach quasi uns in unserem PDF-Dokument herumbewegen, ohne irgendwas zu verändern. Du hast jetzt hier beispielsweise die Möglichkeit, ein PDF aus einer Datei zu erstellen, das heißt, dass du quasi einfach eine Datei öffnest, die kein PDF ist und die dann als PDF umwandelt. Du kannst auch direkt Dateien von deinem Scanner abgreifen oder du kannst Dateien kombinieren, das hier auch vorne im Startmenü hatten. Im zweiten Bereich geht es hier um die Ansicht, wie wir unser PDF sehen, das heißt hier einmal von welcher Größe, da können wir hier kleiner und größer machen. Wir sehen hier auch die Prozentzahl und können die hier nach bestimmten Werten auch einstellen. Wir können auch einfach sagen, dass es so breit sein soll wie unser Bildschirm, wenn wir das wollen und wir können auch hier sagen, dass es genau in unseren Bildschirm reinpassen soll. Kann man hier auswählen. Hier kann man auch noch in den Vollbildmodus wechseln, wenn man nur das PDF sehen will. Mit der Escape-Taste kommt man hier wieder raus. Rechts daneben sieht man die verschiedenen Seiten des PDFs und kann hier zwischen den Seiten immer herumspringen, wie man möchte. Kann auch eine Seitenzahl eingeben und man sieht, wie viele Seiten das Dokument hat. Was ziemlich cool ist, du kannst hier auch direkt zu Word oder Excel oder PowerPoint springen oder halt andere Applikationen, wo du dann quasi einen perfekten Workflow zwischen deinen Microsoft Word Dokumenten beispielsweise ermöglichen kannst und quasi im PDF. Weil viel heutzutage, wenn man es beruflich macht, geht über das PDF und so kann man es perfekt untereinander einbinden. Du kannst hier auch nochmal Suche starten nach einer bestimmten Funktion oder einem bestimmten Inhalt in deinem PDF-Dokument. Im zweiten Bereich Ansicht hast du noch mehr Möglichkeiten zu deiner Ansicht, die wir ja hier schon ein Stückchen hatten. Das heißt, die Größe, wie groß angezeigt wird. Man soll die 1 zu 1 Größe sehen, wie es im Original aussieht von den Abmessungen. Man kann auch hier Breite des Bildschirms, dass es auf dem kompletten Bildschirm zu sehen ist, dass quasi oben und unten gleich zu sehen sind, falls es jetzt breiter ist. In dem Fall nicht. Kann auch hier in den Vollbildmodus, kann hier zwischen den Seiten wechseln. Man kann auch sagen, hier kann man Scrolling-Einstellungen machen oder beziehungsweise Anzeige-Einstellungen. Hier sehen wir immer eine Seite und können sie durchscrollen. Hier können wir sagen, dass pro Scroll man halt auch die verschiedenen Seiten sieht. Hier können wir festlegen, wie dein Dokument angezeigt werden soll. Wenn es einseitig ist, heißt es, wenn du scrollst, dass du immer auf die nächste Seite kommst. Wenn du hier mit Umbruch machst, heißt es, dass du einfach quasi runterscrollst. Du kannst auch festlegen, dass man von links nach rechts scrollt oder halt zwei nebeneinander sind. Oder dass auch vier nebeneinander sind quasi. Hier kann man auch noch festlegen, ob es horizontal oder vertikal sein soll. Man hat auch die Möglichkeit, hier einen Screenshot zu machen von dem, was man gerade sieht. Oder eine Lesezeichen hinzuzufügen, falls man später nochmal darauf zurückgreifen muss. Im Bereich Kommentar, was ziemlich, ziemlich praktisch ist, wenn man mit Arbeitskollegen zusammenarbeitet, hat man die Möglichkeit, Kommentare zum PDF hinzuzufügen. Das heißt, ihr habt hier Möglichkeiten, Textwerkzeuge hinzuzufügen, aber könnt beispielsweise auch Formen hinzufügen, mit denen ihr einfach ins PDF-Dokument reinmalen könnt. Ihr könnt diese Formen auch nochmal individuell bearbeiten an den verschiedenen Eckpunkten, die man hier sieht. Und diese auch verschieben oder halt löschen mit der Entferntaste. Neben den Formen hat man auch die Möglichkeit, Striche und beispielsweise auch Markierungen zu machen, was auch ziemlich praktisch ist. Man hat auch die Möglichkeit, hier eine Notiz hinzuzufügen, was ich sehr praktisch finde. Wenn man zusammenarbeitet, kann man hier einfach schreiben, der Name muss noch geändert werden. So, und dann ist hier immer die Notiz dran und dann kann man die anklicken und sieht diese Notiz. Und auch die Möglichkeit, hier eine Schreibmaschine einzufügen, das heißt, halt einen Text einzufügen, mit dem man halt auch einen Kommentar verfassen kann. Oder ein direktes, komplettes Textfeld kann man hinzufügen. Oder einen bestimmten Bereich im Dokument hervorheben, wenn man halt dazu irgendwie noch was sagen möchte oder sagt, okay, alle markierten Sachen sollen irgendwie noch geändert werden. Man hat auch die Möglichkeit, Stempel hinzuzufügen. Da kann man hier verschiedene Symbole auswählen. Man hat auch die Möglichkeit, hier ein eigenes Symbol zu erstellen. Und damit kann man beispielsweise sagen, ha, ungültig, das wollen wir nicht. Was ziemlich cool ist. Du kannst einen Anhang hinzufügen, du musst einfach draufklicken, drückst dann irgendwo ins Dokument, wo der Anhang hin soll und dann wählst du eine Datei von deinem Computer aus und dann ist die da angehangen und alle Leute können die Datei quasi von hier herunterladen. Du kannst auch sagen, dass einfach alle Anmerkungen ausgeblendet werden sollen, falls du dich halt nochmal irgendwie brauchst, den Gesamteindruck. Und dieses Tool an sich finde ich einfach super praktisch und super cool, wenn man mit mehreren Leuten in einem Team zusammenarbeitet und halt zusammen die Projekte so umsetzen möchte. Im Bearbeitungsbereich hat man auch die Möglichkeit, Text richtig hinzuzufügen bzw. das PDF richtig zu bearbeiten. Wenn Text vorhanden ist, wird der meistens erkannt und man kann diesen bearbeiten. Man hat auch die Möglichkeit, Bilder hinzuzufügen, Links hinzuzufügen. Man kann ein OCR machen. Das ist so viel, das ist eine richtig coole Funktion. Man kann beispielsweise, wenn man ein Dokument einscannt, wenn da beispielsweise Text drauf ist, kann man sagen, okay, ihr sollt den Text erkennen, man stellt die Sprache ein. Man muss dafür ein PDF-Element Pro haben und man muss ein extra Plugin dann herunterladen, wenn man das erste Mal nutzt. Aber das bringt es wirklich und es erkennt den Text einfach quasi von einem Bild, was sehr, sehr praktisch ist. Man hat auch die Möglichkeit, das PDF freizustellen. Das heißt, zu sagen, wir möchten bestimmte Dinge abschneiden. Kann hier auch genaue Maße machen, wenn man das möchte. Kann auch ein Wasserzeichen hinzufügen. Kann den Hintergrund ändern. Kann Kopf- und Fußzeile hinzufügen. Und eine Nummerierung hinzufügen. Also alles wichtig, was man so braucht in einem Dokument. Unter Seiten hast du nochmal eine Übersicht von all deinen Seiten von deinem Dokument. Kannst hier bestimmte Seiten quasi extrahieren, die du ausgewählt hast. Oder halt auch neue Seiten einfügen. Du kannst die Datei aufteilen, dass du sagst, okay, wir müssen die ersten zehn Sachen haben. Kannst hier machen. Oder bestimmte Seiten ersetzen. Du kannst auch hier die Seitenlabels verwalten. Das heißt, welche Nummern die einzelnen Seiten haben. Und kannst hier zu den verschiedenen Seitenzahlen springen und diese eventuell löschen, wenn du sie halt auswählst. Wenn du drüber fährst, kannst du die auch direkt drehen, deine PDFs, wenn du es möchtest, oder auch direkt löschen. Unter Formulare hast du die Möglichkeit, Sachen wie beispielsweise Multipli-Choice-Fragen, Optionsfenster und quasi so interaktive Inhalte in deinem PDF zu laden. Was sehr praktisch ist, wenn man beispielsweise hier so, wenn du halt wirklich in einem Team zusammenarbeitest und ihr gemeinsam am Projekt seid und halt gewisse Dinge zum Beispiel noch entschieden werden müssen. Dann kannst du einfach sagen, kannst du zwei Knöpfe machen, was der eine oder andere besser findet. Dann kannst du einfach draufdrücken und so kann man eine Interaktion im PDF machen, was irgendwie super cool ist. Man hat hier natürlich auch die Möglichkeit, diese interaktiven Inhalte zu löschen oder zu importieren oder exportieren. Alles dabei. Unter dem Bereich Schützen hast du auch noch die Möglichkeit, dein PDF zu schützen. Das heißt, mit einem Passwort beispielsweise, was sehr praktisch ist, wenn es halt sehr um sensible Daten geht. Man kann auch eine Signatur platzieren, quasi von wem das Dokument ist. Man kann zum Beispiel auch Sachen schwärzen. Bedenke, wenn du es einmal gemacht hast, dann geht es nicht mehr so schnell rückgängig, habe ich gerade gemerkt. Aber das ist sehr praktisch, wenn man sensible Informationen quasi entfernen soll und so kommt auch keiner mehr daran. Im Bereich Hilfe findest du dann auch noch Hilfe. Falls du irgendwelche Fragen zu Programm hast, kannst du sie auch gerne unten in den Kommentaren stellen. Ich helfe dir gerne weiter, aber du kannst natürlich auch auf das offizielle Forum bzw. Community gehen und auch auf den YouTube-Channel von Wondershare, wo du auch Tutorials zu diesem Programm findest. Hast hier auch die Möglichkeit, dein Programm auch noch zu registrieren bzw. auch noch Updates zu suchen, wenn es neue Updates gibt. Das war so das Hauptmenü hier oben. Man hat hier an der Seite auch noch die Möglichkeit, sich die einzelnen PDF-Seiten anvorschauen zu lassen. Man findet auch hier seine Lesezeichen, wenn man welche platziert hat, kann hier alle Kommentare verwalten, die hier irgendwo vorhanden sind und was gemacht wurde, damit man auch nachvollziehen kann, wie das PDF quasi bearbeitet wurde und kann hier auch so unterscheiden zwischen den Seiten oder der Zeit, wann es gemacht wurde oder von der Person oder ob es Kommentare sind oder nicht. Man sieht auch hier nochmal alle Anhänge, die irgendwo in dem PDF verfügbar sind, was sehr praktisch ist, wenn man halt explizite Dinge sucht und kennt ja auch hier einen Überblick von den Sachen, die ja überhaupt alle in dem PDF drin sind. Man hat auch hier die Möglichkeit, nach Dingen zu suchen, die im PDF vorhanden sind. Und das ist so die Kernsache von PDF-Element und ich finde, es ist super, super praktisch, wie ich schon dreimal gesagt habe, wenn man das in einem Team zusammenarbeitet. Ich glaube, dann lohnt es sich richtig, weil man so wirklich interaktiv mit einem PDF arbeiten kann, wie selten mit irgendwelchen Programmen. Man hat auch hier ganz oben die Möglichkeit, das Projekt immer zu speichern, zu drucken. Man kann hier auch festlegen, welche Funktionen man alles hier haben soll. Man hat hier rechts auch noch so eine Erneuerungsinformation und kann halt das Programm schließen, minimieren und den Fenster anzeigen. Man kann auch hier nach bestimmten Funktionen suchen, wenn man die hier im Menü nicht findet. Das ist so die Funktion, wie man PDFs bearbeitet. Jetzt kann man natürlich auch noch PDFs konvertieren. Dafür tut man einfach ein PDF aus, wenn was man hat und kann dieses dann sagen, ob man das als Word-Datei haben möchte, als Excel-Datei oder PowerPoint-Datei etc. wie man möchte. Und das geht total easy und du speichert es direkt ab und dann hast du es schon. Du kannst auch das PDF erstellen. Dann wählst du einfach die Datei aus, mit der du das PDF erstellen willst. Dann dauert es ein bisschen, bis es lädt. Dann wird das PDF erstellt. Du bist wieder im Bearbeitungsmodus. Hast hier auch wieder die Möglichkeit, Text zu erkennen von der Datei, die du erstellt hast. Kannst sie sich hier bearbeiten, wie ich gerade eben alles erklärt habe und kannst sie dann direkt speichern. Du kannst PDF auch zusammenführen. Das heißt, du kannst hier alle Dateien ausstellen, die du dir zusammenfügen willst. In welcher Reihenfolge du sie zusammenfügen willst, kriegst du auch weiter. Kannst es festlegen, wo es gespeichert wird. Kannst du auch hier festlegen. Und dann hast du quasi ein PDF aus mehreren PDFs, wenn du das machen möchtest. Batch Process ist sehr praktisch, wenn man zum Beispiel ganz, ganz viele Dateien umkonvertieren will. Beispielsweise ein Word-Dokument, dann kann man das einfach hier alles reinladen. Kann die Dateien alle auswählen untereinander. Und kann dann hier sagen, starten. Dann werden alle als Word-Datei gespeichert und können auch festlegen, in welcher Qualität und so die gespeichert werden. Man kann aber auch Daten heraus extrahieren. Dafür kann man PDF auswählen, um halt Informationen herauszufinden. Dafür muss auch Text im PDF vorhanden sein. Bei diesem PDF ist es beispielsweise nicht der Fall. Deswegen geht es auch nicht. Man kann auch verschiedene Seiten nummerieren lassen hier oder halt auch Wasserzeichen hinzufügen in PDF-Dokumente. Ganz einfach und schnell, was irgendwie super praktisch ist. Ja, das war PDF-Element 6, was ich dir hier vorgestellt habe. Und so cool es auch ist, ist es leider nicht kostenlos. Und ich kann es irgendwie nachvollziehen, weil es halt wirklich ein vollwertiges Programm ist. Und dafür kann es auch viel. Aber wie viel kostet es? Wenn wir jetzt nochmal auf der Seite sind, dazu gibt es auch unten in der Videobeschreibung einen Link, sieht man die Preise. Du kannst das Ganze in der Professional-Version für einen PC für 70 Euro erwerben momentan, weil 30% Winter Sale. Normalerweise kostet es 100 Euro. Für 2 PC oder bis zu 10 PC kannst du auch die Lizenzen kaufen. Da sparst du halt auch ein paar Prozente. Und je mehr du holst, desto mehr Prozente sparst du. Das klingt jetzt vielleicht erst relativ teuer, 100 Euro für so ein Programm. Aber wenn man damit wirklich arbeitet und man muss sehen, es ist eine einmalige Investition quasi, dann lohnt sich das echt. Du kannst hier oben auch noch zwischen den Betriebssystemen wechseln, falls du das Ganze für deinen Mac-PC brauchst. Damit bekommst du, wenn du es bestellt hast, einen Registrierungscode mit deiner E-Mail-Adresse und dann kannst du dich mit dem Programm anmelden und dann funktioniert das. Jetzt gibt es aber halt auch noch die Möglichkeit, neben dem PDF-Element-Pro auch die PDF-Element-Standard-Version zu holen. Das heißt, die ist günstiger als die PDF-Pro-Version. Die kostet 40 Euro pro PC momentan. Aber was ist der Unterschied hier? Wir haben die Möglichkeit, in beiden Versionen die PDFs zu bearbeiten, wie wir sie im Video jetzt gesehen haben. Aber beispielsweise Sachen wie dieses OCR mit dem Text erkennen oder die Formulare und Formulardaten, die man halt gefunden hat und die Bates-Nummerierung beispielsweise oder Schwärzen. Also so essentielle Funktionen sind in der Standard-Version leider nicht vorhanden. Deswegen würde ich grundsätzlich eigentlich die Pro-Version empfehlen, weil sich das einfach mehr lohnt. Es ist vielleicht ein bisschen teurer am Anfang, aber es lohnt sich am Ende, weil es wirklich essentielle Funktionen sind. Das Schöne daran ist, es gibt auch einen Studentenrabatt, also einen Education-Rabatt, wo du 40% nochmal darauf bekommst auf deine Sachen, wenn du halt Schüler etc. oder Lehrkraft oder so bist. Also wenn du da reinfällst, ist es glaube ich noch eine andere super Alternative und es lohnt sich eigentlich noch mehr. Wenn du noch irgendwelche Fragen zu PDF-Element Pro hast, kannst du gerne unten in die Kommentare schreiben. Dieses Video wurde von Wondershare gesponsert, aber meine Meinung und meine Darstellungsweise wurde nicht gekauft oder irgendwie von diesem beeinflusst. Auf meinem Kanal findest du noch weitere Tutorials zu verschiedensten Programmen und auch zum Beispiel der Adobe Konkurrenz von Adobe Acrobat. Und wenn dir das Video gefallen hat, würde es mich sehr freuen, wenn du es mit deinen Freunden teilst und es bewertest, weil das zeigt mir einfach, dass es bei dir gut angekommen ist. Ich hoffe wir sehen uns bald wieder in einem Video, bis dahin, ciao. Ciao.